Irgendwie sieht der mir munterer aus. Trotzdem sieht der munterer aus auf Landesausscheidung. Das ist cool. Oder das? Das kann ja sein, das sieht cool aus. Also da war fand ich ihn nicht so. Also jetzt geht er ja erst so ein Stück. Aber irgendwie sieht er frisch aus. Vielleicht nur so eine frische Zellenkuh aus. Das kann man schon seit erkenne nicht gut. Ja. Ja. Du hast es gesehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Wirklich nicht? Nee? Nee? Zu kurz. Zu kurze Entwicklung. Standard aber sofort. Das war super. Das sagt man. 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 Ich hab kurz ein bisschen zieht, aber an Wartenwurzeln sind nix, ne? Halb da, halb da, halb da. Was wählen, dass wir heute so geschlappt, oder? Weißt du was? Da kann man ein bisschen abwärts gehen. Das ist ja super. Weißt du was, die Abschlüsse macht der echt gut? Weil meistens ist es ja abends, wollte ich grad sagen, hinter die Konzentration ein bisschen ab. Aber dann macht der mich jetzt noch so gut. Nein, aber die Abschlüsse, sag ich, die macht er schnell und schon gerade. Sie sehen heute. Ich bin fertig. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Ja. Ja... Da ist es noch nicht. Er ist noch nicht. Das ist doch immer. Dann machen wir. Ich glaube, auch zu viele Kunden. Das sind selbstverständlich. Dann haben wir. Das war' Freieber, das ist ein Gespräch. Ich bin ehrlich gesagt. Ah, nein, das war' Freieber, das istraeber. Ja, peu klappt es. War' Freieber, das ist das Lehrnachricht. Vielen Dank.